Was irgendwie mehr als interessant umkommt, ist, warum wir eigentlich die Leute echten, die Giftgas anwenden und nicht das herstellen. Warum machen wir eigentlich nicht die Läden und nicht? Und zwar sofort, wo diese Stoffe, mit denen möglicherweise in Syrien Tausende und Abertausende von Menschen, Frauen, von Kindern vernichtet werden, wenn es denn stimmt. Das wissen wir ja nicht so genau. Man zeigt uns ja nur TV-Bilder, damit Obama möglicherweise wieder einen Krieg anfangen muss, weil der regiert ja auch nicht. Man könnte ja die alle echten. Die internationalen Konventionen sagen, diese Firma ist auf der schwarzen Liste. Die gibt es ja alle. Das ist wie bei den Bilderberger. Man weiß ja, was das für Firmen sind. Und die Firmen einfach schließen. Warum tut man das nicht? Das ist schon komisch, ne? Weil das wäre ja mal ein konsequenter Schritt. Das ist so ungefähr, wie wenn man im Kindergarten erst lauter Bällchen mit Benzin getränkt, so Wartebällchen verteilt, dass der ganze Kindergarten voller Wartebällchen ist, dann Feuerzeuge und Zündhölzer hineinwirft, es draußen vor dem Fenster den Kindern vormacht, wie die Feuerzeuge angehen und sie dann bestraft oder gar schlägt, wenn sie was anzünden. Oh Herr, wir Firmen vom Himmel, eine ganze Menge. Und bitte triff. Es ist wirklich schade, dass uns der Schalter zum Selbsthirn irgendwie verloren gegangen ist. Namaste, wir wissen es eh.